Guten Morgen! 12.000 für Abit? Ja, nein. Nehmen wir sieben, ist meine Lieblingszahl. Grüße! Finanzmarktaufsicht. Ist alles in Ordnung? Alles in Ordnung! Was? Wie hat Geburtstag? Der Kollege von der Nationalbank schenkt ihm eine Goldbank. Hallo, wir sind die Kommerzialbank Martersburg. Die Sonne geht auf über Martersburg. Müssen Sie aufpassen, dass Sie sich das Gesicht dann nicht verbringen. Ja, das ist sehr lieb. Aber es schaut eher duster aus in der Bank. Das ist wegen den Zahlen. Irgendwas ist da ganz komisch. Wisst ihr, was komisch ist? Sagt die Richterin zum Angeklagten. Sie können sich so aussuchen. Drei Monate Häfen oder 1.000 Euro. Sagt der Angeklagte, naja, dann nehme ich 1.000 Euro. Das ist komisch. Mit der Termin. Ja, aber was wirklich komisch ist, wir sind eine Bank, aber wir haben überhaupt kein Geld. Das Einzige, was bei uns flüssig ist, ist die Eisdurten von gestern. Meine allerwerteste, ja. Das Geld gehört nicht in die Unterlagen, sondern das Geld befindet sich im Safe. Tadam. Ui. Das schaut aber ... Nicht gut aus. Na, hallo, Chipoponche. Wie schaut's aus im Schneckenhaus? Chefe im Eis da. Hurra. Na, werden wir schauen, wo die Millionen von Gpucherbirli wohnen. Eines Rocha in Kambodscha. Alles Leuwand. Auf Thailand. Ja. Ist sonst noch was, weil wir müssten hier ein bisschen was drum arbeiten. Für die Burgenländer und Innen. Was heißt Innen? Burra. Wir sind bei Du. Aber gut, wenn alles passt, dann passt, dann komm ich nächstes Jahr wieder. Oder nein, nach Weihnachten sehen wir sie. Nein. Da ist ja dran, ne. Ciao, wie da. Tschüss mit euch. Busse Pa. Arrivederci. Mit Erci. Vierte mit Erci. Chef, was machen wir jetzt? Was haben wir denn das ganze Geld hergekriegen? Das wird ja kaum aus dem Telefonbuch rausfliegen. So. Dr. Marudi, erster Bezirk. Was schreiben wir dem für einen Kredit? 100.000. Na ja, der ist ein Arzt. Zahnarzt. Zahnarzt. 300.000. 300, schon im Plus. So. Dann haben wir hier Dr. Bauer. Das ist ein Schönheitschirurg. Ein Schönheitschirurg? 2,5 Millionen. 2,5 Millionen. Perfekt. Aber im Plus.